Herzlich Willkommen zum Hattenschon-Fahrer-Infektion 2, Basierung V2-0-0-0-0. Absicht ist in Arbeit für den ein oder anderen Fehler oder Schulnautsfehler auch dabei. Nicht so richtig gut ist das Füttern der Kühe, macht ein bisschen Arbeit, aber man kann die füttern. So, jetzt wollte ich schauen, ich gehe fort kühl, ob wir da eingreifen müssen. Wir haben ja nun Futter einfüllen und Wasser und Sauberkeit, da ist die Futter und Sauberkeit. Dann werden wir mal gleich im Stall gehen. Der braucht eine Weile, 34 auch und wir werden nachher auch die beiden Fahrzeuge zurückholen. So steht der. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist aber heftig. Wir brauchen ja etliche Tonnen. Das ist schlecht. Dann müssen wir überlegen. Kurz entlassen. Aber wir müssen nochmal zum Stall. So können wir ein Überleiderfahrzeug holen und dann da noch Dünge. Jetzt haben wir Heu drinnen. Ach, gut. Hier war die Sauberkeit nicht gekastet. Okay. Dann werden wir gleich sofort eingreifen. Dann werden wir abgefahren. Dann fahren wir hinwärts. Wir sind hinwärts und fest. Ich bin ein bisschen fahrradiert, ne? Ich bin ein bisschen angehen. Und dann hier wird es auch noch ein paar. Das ist die Mianne. Das ist schon ein bisschen besser. Das ist auch sehr hoch. Die wollen kurz putzen und dann nachher gleich reinfahren und die Tür oder so. Putzen wir mal mit dem Gerät. Weil da Mist ist ja in Runde wie Lage. Und da können wir irgendwo kein Problem mit haben, das Speich aufzunehmen. Ja, muh. Alter, muh macht muh. Die Schauplatte. Die Schauplatte. Die Schauplatte. Keine Schauplatte. Und die treffen schon mit Stahlboden. Können wir hier hoch machen. Die Fahrmögliche auch mit der Zweien. Ja, vieles machen. Und dann fahren wir gleich den anderen weg. Dann diese Drücke halt irgendwie genau in der Ecke. Stahlboden. 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 Wäre im Wunder wenn wir Teufel haben. Ich soll mal nicht gucken. Da sollen meine Redner zum Schlachtboden werden. Ob die man in den Schlachtboden kommt. Nach, nun, noch nicht durch. Wasser geben, Wasser ist wichtig. Wir haben den einen gewaltigen Los. Wissen Stroh haben sie noch. Aber hier, oh, seht ihr ein Problem? Also, weg! Push! Ich kriege auch einen Schreck. Gleich hier. Wir fahren mit ihm durch. Null Lohnzahlung. Das kann aber auch nicht gönnen. Ob es da mal hier Mod ist? Glaub ich eher nicht, aber gut. Könnte sein, muss auch nicht. So, da hätten wir es auch. Ich traue und ärgere mich, wenn ich da gut reingehe. Hm, was soll ich das machen? Ich muss nachdenken. Denk, denk, denk. Überall, ach, vorgucken wegen Kühe. Präzis. So. Gut, Wasser passt. Das geht auch noch rein. Und die anderen haben noch genug. Ein Tier ist schwanger. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken mal an einen neuen. Was er läuft noch? So. Jetzt brauchen wir den Traktor. Oder den hier. Da läuft noch den. Da hatte ich alles anders geplant gehabt. Da wollte ich mir, wo ich den Gang abkippen wollte. Und ich ging, den Überladewagen holen und dann gleich hinfahren. Ich hoffe mal. Normalerweise ist ein Überladewagen hier in dem Fall nicht. Aber, ich hab meine Rät dafür. Da war alles zugeparkt hier. Wo war das? Da hätten wir auch Faktoren genug. Na gut. Nehmen wir den Fenn. Epping. In Deutsch. Haha. Man ist ja. Gelben Sack. Nur Klassikgefäß. Das hat ja alle einen Grund. Allerdings. Weil die entsprechen. Na. Das schon. Regen. Gewicht. Zurück kommen. Uh. So geil. Da. Ich hab gedacht, dass wir Tockel von so schnell. Das Gefühl brauchen. N. Wir öffnen. Haha. Passt. Verlieger noch wieder. Super Saatguts und flexibel. Ne. Hahaha. Okay. Das dauert eine Weile. So. Der steht. Der fährt. Zeit. Ungefähr. Hier wo wir probieren. Ich hab den Kurs eingefahren. Bisschen. Aber ich hab die Fehler nicht anders. Ob das klappen würde. rein technisch gesehen. Ob der. Er hat nur Hände eingefahren. Ach hoch drei. Okay. Ob der einen Weg findet. Oder ob der. Vermeiten hat. Aber die Felder hab ich nicht eingefahren. Oh bin raus gekommen. Das ist schlecht. Wenn wir kurz raus kommen. Das ist schlecht. Wenn wir kurz raus kommen. X. Erstmal zusammenbauen. In der Zeit können wir mal aufgehen. Also die Straße auf jeden Fall angeflossen. Also die Felder muss ich machen. Hier wo Holger fahren beim Territorial wurde in der Zeit. Ja richtigen Weg. Jetzt haben wir uns gefahren. In der alten Kurs können wir mal rufen. Hier. Dann düsen wir uns den Hof. Hier müsst ihr kurz warten können. Gut. Tschüss. muss ich noch viel mehr machen so was, aber wie gesagt, muss noch ein bisschen gewacht werden, ja nicht zurücksetzen, einsteigen mit dem straßen fahren sollen wir uns noch rein machen, am besten kann er in den Reifen die Ränder sind nicht zu erkennen fast, das läuft nicht der Fahrer hat sich festgefahren gut, der Fahrer hat sich festgefahren das ist der das sehe ich nicht, das sehe ich das ist jetzt blöd dann habe ich den Kurs im Prinzip damit er auch gleich kommt gut, der ist schon da gut, der ist schon da gut, der ist vorführeffekt, ne, also ich glaube, der hinten ist schon auf ja kommt mal zusammen und dann werden wir gleich noch ich glaube hier ich habe das nicht verboten verboten schon, aber nicht hier wieder aufklappen schlecht, schlecht wieder aufklappen schlecht, schlecht wieder aufklappen aber wir sind schon groß und sauber, ne aber hier soll es funktionieren aber du weißt ja, ich muss nochmal verbinden und zwar und zwar sehen wir es nicht mehr ach, hier der hätte normalerweise nicht rechts abbiegen können gut, das können wir jetzt nicht sehen, weil wir es nicht rumpeln vom Fahrzeug da wird hier eine abbiegen und kann ja geradeaus gehen, na gut, ok schlecht 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 so jetzt zu ihm hier kurz noch Allrad anmachen dann kommen wir auch raus der Ebener vorne nochmal ein bisschen hoch kurz hin das ist auch nicht so das ist auch nicht so oh ich habe es ungünstig sein das ist auch nicht so aber das ist auch nicht so ich bitte nur aufklappen gleich mit dem Koffer das Wicht ist verlagert könnte ja sein, dass er dadurch bis zuhörner jetzt sträh gestellt Kloppen uns zusammen. Das ist ja auch nicht so, dass die Wand ist. vorwärts fahren jungen, vorwärts so, dann fangen wir dann gehen wir hier auf Spur, auf die Straße, auf die Hauptstraße hier wollte ich schauen, hier wollte ich schauen, ganz kurz das können wir gleich machen der Süd ist auch da reingefahren das heißt, die werden wir hier einfach mal so kurz outreif machen und zwar Verbindung mit diesem Kurs und dem Kurs da drüben und zwar zu weit den Punkt nach vorwärts dazu machen wir kurz die Vorring raus lassen wir piepen oder auch nicht dann werden wir ihn hier vorne zweiten Druck anbinden das ist er da vorigen Ende und Verbindung 1 aus das muss ich jetzt glaube ich sein das ist der Druckbahn das ist der Druckbahn Da muss ich mal was verpressen. Nicht die verkehrten lassen. Dann werden wir mal hier sonst wieder Recording machen. Einen haben wir verbunden, den anderen nicht. Dann werden wir auch nehmen. Schwieriges Mal. Wo wir hin. So die Schau, das hat es heute gewesen. Ich danke fürs Treibhaus. Seid mal wieder um den Winkel und tschau. Versehen uns nicht mal wieder. Tschüss.